Musik Für uns ist es die wichtigste Messe überhaupt. In Tenorga war schon immer der Branchentreff. Das hat unsere Wattung getroffen. Musik 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 Bei uns war es am Freitag sehr stark frequentiert. Da waren wir sehr glücklich. Auch viele bekannte Gesichter waren hier vor Ort. Gestern war nochmal ein sehr, sehr starker Tag für die Hotellerie und Gastronomie. Und heute ist es ebenfalls am Dienstag wirklich sehr schön, dass unser Stand voll ist. Wir kriegen so viel Input, so viel tolles Feedback von den Kunden und von dem her könnte die Messe heute noch ein paar Tage weitergehen. Musik Es hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Die Messe war an allen Tagen richtig gut besucht und wir hatten vor allen Dingen sehr, sehr viele Kunden da, was uns natürlich auch freut. Viele unserer Kunden sind immer ganz froh, wenn sie uns jedes Jahr wieder sehen, weil sie einfach auch wissen, dass die Innovationen weitergehen und die Produkte Bestand haben. Musik In der Norge ist für jeden Gastronomen die Pflichtmesse. Musik 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 Musik